Heute mal eine Tour aus heimischen Gefieden, nämlich dem Harz. Die Tour führt vom Parkplatz Stieglitz-Ecke über den Reitsteig bis zum Hans-Kühnenburg. Von dort geht man Richtung Riefensbeek und biegt dann Richtung Nordwesten zum Dammhaus ab. Über den Morgenbrotsteiler Graben geht es dann zurück bis zum Parkplatz Stieglitz-Ecke. Am Schluss stehen 21 Kilometer und plus minus 700 Höhenmeter auf dem Tacho. Aber man sieht im Höhenprofil, dass die Strecke eigentlich recht einfach zu gehen ist. Um 10 Uhr geht es am Parkplatz Stieglitz-Ecke los. Der Parkplatz ist übrigens kostenfrei. Nicht zu super heiß. Ich bin auch nicht der Einzige, der hier läuft. Ein Stichweg zu dem anderen Weg. Den Auge am Parkplatz. Ich glaube, das hier ist auch ein Parkplatz, als ich nie sehe. So langsam zeigt einem der Weg, was mit dem festen Schuhwerk gemeint ist. Der Weg wird langsam etwas unebener. Ebener. Und zwar. Sonst war ein Verwohnung. Die Nachtabendorf. Der Weg erfordert wirklich festes Schuhwerk. Vor mir werden tatsächlich zwei Herren von ihren Begleitungen gemaßregelt. Wieso sie denn gar nichts gesagt haben, dass es hier mit Turnschuhen wirklich nicht geht? Richtig überall angekommen. Aber das Schwimmer ist ja bei diesem Weg hier ein bisschen ursprünglicher. Aber der Weg hier zahlt halt noch alles. Gott. 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 Ich bin ganz flach, es ist easy und relativ einfach zu gehen, man hat ein bisschen Wind, aber er ist zufrieden mit mir. Halle Nummer 2, Hans-Kühlenburg-Klippe. Es zieht mich zwar das ewig Hopfige hinan, aber den kann man jetzt mal kurz mitnehmen. Fast wie in den richtigen Bergen. Fast wie in den richtigen Bergen. Halle Nummer 3, Hans-Kühlenburg-Klippe. Fast wie in die Leit 不要 sein. Fakt? Fast wie in die Leit utan Kai? Fast wie in die Leitkwechsel geht. � Ab warte. Oh voorstdacht. Oh, Mann. 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 Oh, Mann.